Die Ebenengleichung der X1, X2 Ebene, also der Fußboden, die da unten. Ich mache es mal klassisch. Ein möglicher Aufpunkt wäre 0, 0, 0. Ich kann irgendwas anderes nehmen. 1, 2, 0. Der normalen Vektor wäre 0, 0, 1. Weil ich gehe ja dann, ich habe hier so X1, X2, X3, andere Farbe, so. Genau. Also ich muss eher senkrecht hoch. Das heißt also, wenn ich hier bin, nichts in X1-Richtung, nichts in X2-Richtung, aber 7 in X3-Richtung oder eben 1 in X3-Richtung. Und das wäre der normalen Vektor und dann kann ich das hinmachen. Das ist ja der normalen Vektor, Skalarprodukt X, hier habe ich den Aufpunkt. Und wenn ich das ausrechne, 0 mal X1 minus 0, 0 mal X1 ist 0, da fällt alles weg. Also hier so 0 mal X1 ist 0, 0 mal X2 ist 0. 1 mal X3 ist 1 mal X3 ist 0. Das heißt, diese Koordinatengleichung ist sehr simpel, erschreckend simpel. X3 gleich 0 ist die Koordinatengleichung. Logisch, weil Fußbodenpunkte sind ja 1, 2, 0 oder 7, 8, 0, 12, 17, 0. Immer irgendwie in X1, X2-Richtung 0 hoch. 0 Meter hoch heißt, bist du am Fußboden geblieben. Also das ist schon die ganze Koordinatengleichung der X1, X2-Ebene. Man ist ja gewohnt, dass das so ausschaut. 2, X1 plus 3, X2 minus 7, X3 plus 14 ist 0. Passt das nicht mal hin? 0. Das wäre eine normale Ebene. Die hat den normalen Vektor bei 2, 3, minus 7. Aber die X1, X2-Ebene ist simpel. Die ist einfach. Die hat einfach nur X3 gleich 0. So einfach, dass es klar nicht auffällt, dass es eine Ebene ist. Aber das ist eine komplette Ebenengleichung. Das ist einfach nur X3-Ton. So einfach nur X2-Ton. Wir glaube, das ist einfach nur X3-Ton. Wir sind einfach nur. Der Direktor auf 1-Vektor. Wang ist einfach nur X3-Ton. Er coordination玩 oder? Wozu? Er gestarto Leserne aus. Vielen Dank.